Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute hier in diesem Video geht es mal wieder nur um einen einzigen Duft. Diesmal geht es um das neue Parfum von Marc Gebauer, den Amorist. Dieser Duft wurde mir netterweise zugeschickt, zusammen mit diesem Save, den du sicherlich schon auf dem einen oder anderen Kanal gesehen hast. Den habe ich jetzt nicht nochmal rausgesucht, um ihn dir hier in die Kamera zu zeigen. An dieser Stelle auf jeden Fall sehr, sehr vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und auch ehrlich gesagt sehr überrascht. Hat mich gewundert. Ein Nachbar hat dann irgendwann einfach geklingelt und sagt, ich habe dein Paket hingestellt. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Paket bekommen habe. Ich habe auch gar nicht im Briefkasten geguckt seit Tagen. Und machte das auf und dachte mir so, boah, was ist denn hier los? Das aber, ja, die Geschichte dazu. Ich würde sagen, wir starten einmal mit dem Flakant. Den zeige ich dir hier einmal in die Kamera. Das Ganze im, ich sage mal, üblichen Marc Gebauer Design bzw. in der Gestaltung. Das ist der erste Flakant, den ich dir aus dem Hause Gebauer hier so in die Kamera zeigen kann. Es gibt ja schon ein Review zum Orange Flamingo. Dazu habe ich eine Abfüllung, habe ich drüber gesprochen. Und den Erdteiger habe ich auch als Abfüllung. Da bin ich mir gerade aber gar nicht so sicher, ob ich dazu ein Review hier hochgeladen habe. Ich habe ihn ein, zwei Mal besprochen, aber sonst weiß ich gerade gar nicht. Die anderen beiden kenne ich nicht. Ist auch nicht ganz so wichtig, denke ich mal. Hier ist auf jeden Fall einmal der Flakant in Rot, halb durchsichtig, halb eben nicht. Sehr schick gemacht, wirkt alles sehr hochwertig, alles toll. Zu diesem Flakant und zu diesem Safe war so ein kleines Zettelchen dabei, der quasi so diesen Duft in Grundzügen einmal anreißen soll. Und ich werde das hier einfach mal, ich sage mal, ausschnittartig einmal vorlesen. Ein Duft für jeden Gentleman, geeignet für Date Nights, luxuriöse Events, wofür die Sinne, männliche Anziehungskraft, Faszinationen, Muschusartige Akkorde, bezaubernd fesseln zugleich. So, Schönheit eines Lustgartens, Gefühl von Stärke, Eleganz und maskuliner Ausstrahlung. Gut, da muss ich sagen, so stehe ich jeden Morgen auf, versteht sich von selbst, selbstredend. Aber schön, dass man das hier nochmal in einen Duft verpackt hat und quasi man dem Ganzen nochmal eine Krone aufsetzen kann. Spaß beiseite, lass uns einmal zum Duft kommen, was hast du hier zu erwarten? Der Amorist ist aus meiner Sicht in erster Linie ein blumiger Duft. Sehr, sehr blumig. Zu Anfang, wir sprühen ihn auf und bekommen eine sehr präsente Magnolien-Note. Jetzt lass mich diese Magnolien-Note nicht beschreiben, für mich ist Magnolie immer so relativ schwer greifbar. Es ist so ein bisschen die Sache, entweder sie ist da oder sie ist eben auch nicht da, so, weißt du. Das Ganze schon unterlegt mit einem dezenten, blumigen Unterton, hält sich aber noch in Grenzen. Es ist sehr schön aufgelockert mit einer gewissen Frösche, die diesen Duft noch umgibt und auch in gewisser Form irgendwo durchdringt. Wir haben hier offiziell eine Bergamot-Note, die hier sicherlich dafür die Verantwortung übernimmt, dass das Ganze sehr, ich sag mal, sehr frisch und doch noch sehr leicht startet. War mir auch so zu Anfang schon immer ein bisschen zu viel an den sehr warmen Tagen. Ich habe diesen Duft in den letzten Tagen rauf und runter getragen, also ich habe quasi nicht nur Amorist getragen, ich war Amorist, wenn man so möchte, ja. Und vorhin stand ich aber nochmal hier draußen auf der Terrasse. Es war nicht frisch oder kalt draußen, es war erfrischend. Die Sonne ging auf, es war schön warm auf der Haut und es war einfach schön erfrischend draußen. Dann habe ich hier nochmal aufgetragen und da kam dieses ganze blumig-frische zusammen eben dieser angenehmen Temperatur draußen doch schon richtig, richtig gut bei mir an. Das muss ich ehrlich sagen. Weiter zum Duft. Wir merken dann im Duftverlauf, er wird zunehmend blumiger und auch ein bisschen dicker, ein bisschen dichter und auch merklich süßer. Es wird kein süßer Duft per se, aber im Vergleich zur Eröffnung wird das schon merklich süßer, wärmer und eben signifikant blumiger, blumiger, blumiger. Das Ganze wirkt allerdings äußerst echt, sehr natürlich, sehr, sehr authentisch. Du hast tatsächlich manche Düfte von manchen Herstellern, die auch im blumigen Thema beheimatet sind, die einfach dieses, wenn sie im blumigen Thema sind, einfach Blume. Hier, ich, Blume. Und damit meine ich nicht den Felix, sondern einfach so dieses übertriebene, so ich muss jetzt dieser blumige Duft sein und dann wirkt das Ganze auch schon ein bisschen überladend. Hier, überladen, hier wirklich ein blumiger Duft, der das Ganze so ein bisschen serviert, so wie, hey, ich bin blumig, hier hast du, aber komm, wir reden nicht weiter drüber, das passt schon so. Das ist schon angenehm gemacht, muss man mögen, zugegeben komme ich am Ende drauf, zu meiner persönlichen Meinung noch. Das muss man schon mögen, aber alles in allem, das wirkt eben sehr echt, sehr natürlich, bis er dann letztendlich auf einer noch etwas wärmer werdenden, leicht vanilligen, eben Moschusbasis dann auch ausgleitet. Das blumige Thema verlässt er zum Ende hin so ein bisschen, lässt es natürlich selbstredend nie ganz los, aber es beruhigt sich ein bisschen und gefällt mir da dann schon wieder ein bisschen besser. Also für mich Kopfnote und so der letzte Rest, das, was mir am besten gefällt. Das heißt, was wollte ich noch sagen, Haltbarkeitprojektion, genau, das war ja ein sehr spannendes Thema. Dieser Duft hält gefühlt ewig, das muss man sagen, also Haltbarkeit wirklich top, kann man überhaupt gar nicht meckern, das ist sehr, sehr lobenswert. Und die Projektion auch hier auf diesem, ich sag mal, sehr clever gelöst. Er projiziert schon sehr, sehr stark, aber ohne dich zu überfordern, ohne quasi überall zu sein, sondern es ist so dieses so, eigentlich rieche ich ihn gar nicht, aber es liegt etwas in der Luft und es ist der einfach, weißt du so. Er liegt in der Luft überall, aus jeder Pore, aus jeder Ecke kommt dieser Duft hervor, aber ist nur sehr, sehr dezent wahrnehmbar. Und das für einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das ist sehr, sehr spannend, das gefällt mir gut, dass es einfach nicht erdrückt und dich nicht erschlägt oder sonst irgendetwas, sondern er ist irgendwie da und irgendwie auch nicht. So, das ist ein schöner Mittelweg, ganz, ganz toll. Unisex, tragbar, ja, auf jeden Fall, auch wenn ich sagen muss, er lehnt schon sehr, sehr stark ins Weibliche, sehr stark ins Feminine, eben dieses Blumige, auch ein Stück weit Pudrige. Das muss man als Mann mögen, das muss man generell mögen, man muss diese blumigen Düfte einfach mögen, wenn du damit nicht klarkommst, so wie ich ehrlich gesagt, dann kann das eventuell nicht so ganz der Volltreffer für dich sein. Und so für mein persönliches Fazit, mir ist dieser Duft ehrlich gesagt ein bisschen zu blumig, ich komme mit blumigen Düften nicht ganz so hin, er ist auch etwas zu feminin, als dass ich hier mitgehen würde und von dieser, wie sagt man, Stärke, Eleganz und maskulinen oder männlichen Ausstrahlung ausgehen würde. Aber da fehlt mir dann einfach dann doch so die Männlichkeit, das ist zu weiblich gehalten, zu verspielt und zu wie auch immer. Wenn du allerdings eine Schwäche dafür hast, wenn du das auch als Mann tragen kannst und auch tragen willst, dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn du aber allerdings so diesen maskulinen Verführer erwartest, dann aus meiner Sicht dann doch eher nicht, so ehrlich muss man doch schon sein. Das Ganze aber trotzdem, wie gesagt, es riecht für mich sehr hochwertig im Sinne von natürlich, es sticht nichts, es kratzt nichts, es ist alles wunderbar aufeinander abgestimmt und wirkt eben sehr, sehr echt. Ich habe zu keiner Zeit den Eindruck gehabt, dass man hier irgendwo mit der großen Chemiekeule versucht, auf mich einzuprügeln, das auf jeden Fall sehr schön. Für mich definitiv ein Duft, den ich hier und da mal zu Hause für mich tragen möchte, also als Stimmungsaufheller, denn er hat in gewisser Weise so diese Anklänge des, ich sag mal, sehr, wie sagt man, launehebenden und einfach freundlichen, ausstrahlenden des Balder Afrique von Byredo. Das kommt hier irgendwo ein bisschen mit durch, das ist auf jeden Fall toll, aber wenn ich irgendwo rausgehe und sage, boah, jetzt möchte ich einen Duft, der für mich wirklich gut funktioniert, der mir auch sicher Komplimente bringt, der einfach gut ankommt, der auch mich selbst ein bisschen unterstreicht, da würde ich hier definitiv nicht so sehr zum Amorist greifen, denn das spiegelt der für mich einfach nicht wieder. So, ich schließe hier ab, indem ich dir diesen Flakant nochmal in die Kamera halte. Ich hoffe, ich konnte dir diesen Duft so neutral wie möglich und auch so sinnvoll wie möglich beschreiben, sodass du etwas damit anfangen kannst. Ich danke dir wie immer, mein Gott nochmal, ich danke dir wie immer sehr fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag, mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.